ja hallo liebe simsons freunde herzlich willkommen alex komm her an der werkbank geht es weiter so heute kümmern wir uns mal um das problem dass hier an der schwinge teilweise immer diese kleinen halterungen für die für die kettenspanner abreißen kennt ja wahrscheinlich jeder das problem entweder sind sie irgendwie verbogen dass sie sich so rüber biegen wenn man hier die mutter anzieht oder eben manche sind auch komplett abgerissen und da gibt es eine ganz tolle lösung von simson klaus oder mittlerweile heißt er ja moped klaus werden wir dann unten mal verlinken wo es die teile gibt und zwar wird das so geliefert da ist dabei einmal solche verstärker er nennt das verstärker und die kommen hier drauf und sind halt als reparaturmöglichkeit als reparaturmöglichkeit geeignet wenn dieses teil zum beispiel schon mal abgerissen ist oder auch einfach dran bauen und dann kann er sich nicht weiter verbiegen also ich finde das eigentlich eine ganz tolle lösung wir brauchen das mal ganz kurz zusammen alex es gibt aber zwei verschiedene teile vielleicht sieht man das hier einmal etwas breiter hier ist es etwas schlanker und auch kürzer und diese seite kommt auf die linke seite von der schwinge und diese seite bauen wir jetzt mal zusammen damit man das gesehen hat wichtig ist noch das zusammenbaut hier kommt ja der mitnehmer zapfen rein jetzt nehmen wir einfach mal diesen kettenspanner hier so warte mal erstmal zusammenstecken jetzt so und dann kommt der kettenkasten hier rein und wichtig ist genau wichtig ist die scheibe und zwar hat er hier so eine 1 mm laser geschnittene edelstahl scheibe konstruiert die soll hier zwischen als abstandshalter quasi zwischen der schwinge so jetzt versuchen wir das mal hier am moped geht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher aber wir bauen das jetzt hier mal so zusammen so und jetzt sieht man auch schon wofür die scheibe gut ist denn hier hinten brauche ich entsprechend den platz damit ich hier eben mit diesem zusatz halter hier nicht gegen den kettenkasten drücke und dementsprechend ist dafür dann auch die scheibe da so jetzt machen wir hinten noch mal die muttern rauf auch so eine whatsapp gekriegt oder ich das und sicherungsscheibe kann man sicherlich auch eine selbstsichernde mutter nehmen dazu dann kann man die sicherungsscheibe weglassen so also so sieht das ganze dann aus und statisch gesehen kann ich natürlich jetzt hier auch richtig doll anziehen weil dieser verstärker würde jetzt nie mehr dazu führen dass er sich irgendwie krumm biegt weil die ganze last läuft ja hier über dieses über diesen bereich hier auf die schwinge zu rücken eigentlich eine sehr schöne sache und man kann das ganze auch mit dem ms 50 kettenrad entsprechend betreiben dann würde ja der kettenkasten wegfallen und dann bräuchte man ja dieses distanzstück und ja dann hat man eigentlich überhaupt gar keine platzprobleme hier an der stelle ja wie wir finde schöne sache und wir verlinken euch das unten mal wo man das kaufen kann okay das war's bis denn tschau tschau okay Untertitelung des ZDF, 2020